Ein bisschen mulmig ist viel hat man selbstverständlich, das ist ganz normal. Gerade weil jetzt so viele Leute, auch gerade die Treppengeländer und alles benutzt werden und Toiletten und alles. Wie gesagt, man kann jetzt nur auf der Hygiene achten. Ich habe erst überlegt, ob ich komme, aber es wäre schön, wenn Deutschland eine einige Meinung hätte und hätte sagen, komplett Sportveranstaltungen und nicht dort ja, dort nee. Ja, gerade jetzt in den Regionen, wo es richtig dolle betroffen ist mit dem Virus, halte ich es für eine sehr gute Idee. Aber wie gesagt, das könnte man eigentlich jetzt überall machen, weil der Virus verbreitet sich ja ständig, es werden ja immer mehr Infizierte. Ich habe meinen Schal, Mann. Ich habe meinen Schal, alles gut, alles okay. Ja, selbstverständlich, die Händedesinfizierung, viel mehr kann man ja heutzutage jetzt so nicht machen und vor allen Dingen auch keine Hände geben andere Personen. I only touch my girlfriend. Kein anderer Mensch kommt schon. Es gibt, I think the coronavirus is exaggerated, man. Ja, ich finde es schon richtig, dass da Geisterspiele sind. Für die Gesundheit ist das vielleicht das Beste. Ja, das war's mir gar nicht. Wir müssen auch eigentlich eins ab und te 거예요教en hier. Und dann können Sie mich jetzt Case mode was?